Ich geh vor, du bleibst hinten. Wenn Galen uns, kannst du helfen, die Splashbowl zu zerstören. Ja, also ich werde sowieso eine Sekunde, eine halbe Sekunde dich vorlassen, gucken was da alles kommt. Wenn da eine Splashbowl kommt, werfe ich eine Bombe drauf. Ansonsten halt stürme ich von deiner Splashbowl einfach direkt auf sie drauf. Ja, ja. Okay Leute, schaffen wir. Haben wir echt auch zu dritt gut gehalten. Ja, ja. Keine Sorge. Machen wir... Was für eine Map war das? Kein Triggerfish, ne? Wo werden wir mit den Flanken? Ah, kein Triggerfish, ne? Warte, was war noch mit den Flanken? Okay. Edith, Dynamo 52 Basabi. Leider, Dynamo. Der Custom Range muss jetzt dynamo sein. Dynamo, der Ram? Ab Dynamo? Nein. und einatmisch er ist so ein heißer muss auch so zwei hausen eine andere haben uns im gang einer ist in unserer street er wird gern trifft die römer teilweiten hat mich dann auch aus geht dann war es auch nicht mehr probiert Wir müssen aufpassen, weil der Slifer steht ja nicht. 52 down. Inksrike kommt, pass auf. Inksrike zu uns. Schieß rein, Max. Schieß rein, Max. Schnell, tap um, Max. Ristenbomber. Dynamo. Er hat mich, ist auf ihrer Wall wieder. 52 down. Wasabi noch, hauer Elbow. Wenn du die kleine bist, dann bitte färb um. Wasabi, hauer Elbow. Ich tue Backum färb, Mann. Okay, ich versuch Cracken. Einer kommt von oben. Cracken, Cracken. Unsere. Also halb, ja. 52 hat mich, hauer Zone. Kap Dina. 52, hauer Platz. Niper down. Jelen ist noch bei uns in der Street und ist schwach. Hat halb, ey. Pass auf. Ich hab einen getradet. 52, hauer Platz. 52. Gerd. Ab 52. Dynamo. Boah. Warum hat mich? Dynamo. Wasabi, hauer Zone. Umfärben, Max. Einer Spont zu hauer Zone. Ist da. 52 down. Nice. Sniper hat mich, Sniper hat mich. Hab einen getradet. Pass auf, Mann. Jetzt schieß hoch, schieß hoch. Hab Sniper. Deine Nummer hat mich. Deine Nummer hat mich. Deine Nummer hat mich. Hab ihn. Hab ihn. Ich flanke über... Natürlich. Edithal, der Wall. Jalen, der Zone. Oh, Gott. Hab sie. Edithal, der Wall, immer noch. Hab Elite. Manu, bist du durch? Geput? Nein. Ich bin zurückgekommen. Einer noch der Elbe. Einer noch der Elbe. Scheiße. Da eine Nummer. Einer immer noch der Elbe. Nice, gut. Okay, gut. Guter Self-Jump. Edithal, der Backwall. Einer auch auf der Backwall. Einer auch auf der Backwall. Raiden, du mo Raiden, Raiden, Raiden. Einer ist weg. Raiden in der Zone. Rägen ist bei, Sohn. Fuck. Komm, Manu. Nein, ich bin doch geistlich behindert. Edithal hat mich. Wer, wer Elbohin, Edithal? Zwei, wer Elbohin. Humm. Ich Ge- ich flanke, Leute. Ihr. Okay, komm, lang. Komm, 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 komm. Prozent Schell unsere Zonen sichern aber noch ein paar Sachen ab wie ich habe ihn vorliegen konnten er kommt jemand von der es vielleicht auch jemanden aber ein Mann also ich gehe mal über ein weiteres das er wird so es war besser der Bau Besten Elbow Dern Einer kommt noch von Dern Elbow Von unseren Elbow Hat 96 Wasabi down getrayed Sniper hat mich Sniper Traken ready Sniper bei Zon Dünner hat mich Einer springt zu unserer Zone Ja ja wir catchen erst mit Die Zone Jelen kommt zu uns runter Dynomo down Passt Ok nice Sniper getrayed noch erledigt Oh Ok gut Ja war jetzt besser als Backlifter Ja war ja Auch mit 4 Leuten Hehehe Nice works Scheiße ich hab nur Ok Heavy Wasabi Pro Und Tentatec Forge Forge Die Splatling kommt zu der Ära bei Tree Ram Aber Tentatec Tentatec Nicht bei Tree Warte mal der Goldfish Ich bin tot Habs auf Aber ich glaub das passt Pass auf die entferne Mano Die gehen wahrscheinlich zu unserem Tree Nice Ja A5 Ja A5 Gut verteidigen Ab Cracken und Countercracken Ab Okta Nice schön Oh Da ist einer Wahrscheinlich Sniper Ok Map Control Leute Ab 1 Ok wo denkst gehen wir? Geben wir über Back oder über Tree? Ich geh jetzt kurz zu Tree Ich weiß nicht wo wollt's wir Wow Ob du shot hat mich? Ja ob du shot top mit Hab mich Nice Gut 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 Leben alle wieder Leben alle wieder Zum...ja Protektor OG Zucke hat jemand Da ist aber bei... also hinter der Box Ja hat mich Zucke hat mich Aber ist vorbei Die kommen zwei über Door Über deren Door auch scheiße ich bin schon wieder falsch gesprungen Das hört mit mir los man Chris Du links ich rechts Auf 1 Bis zum nächsten Mal Aber Cracken mit der Lef mit Cracken Raymaker Down Nice Inzucke hat mich Ach Wow ich würde mich so gerne das vom Heavy bestellen Auch About 1 Auf 1 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott. Ach, die hat zu viel Run Speed, da kann ich nichts machen. Pass auf, hat Craig einen ready? Run Speed plus Close Range ist gleich. Keine Chance. Gut. Deiner hat Craig nach TV. Aber nein, oder auch nicht. Wasabi down. Hinkzuka? There's Street. Hab einen. Nice, danke schön. Profi hat mich. 3. Ja, ich muss weg springen, sorry. Verspring dich zu mir, Manu. Ja, ich wollte nicht. Heute ist eh dieser Fade Attack beim Jumpen, Alter. Hab einen. Hink, Flattling. Du hast mich. Kraken, bei Raymaker. Ja, Kraken, 3. Hat ihn, Kraken und Raymaker gegrabt. Wir gehen über ein komplettes Back und dann wollen wir uns bei unserem Schwer holen. Hab einen. Hab Pro. Hab Goldfish. Schön bevor er gedroppt ist. So, mein Ziel. So. Hab einen. Hopps. Dankacke. Ok, dann hat er Zug immer das werfe Капczar. Sog Foster. richtet mich. Supersaver. Also ich schenke dich. Ich schenke mich. Oh Gott. Ich steh nur noch nicht. Warum nicht? Hab zwei getradet. Wenn ich auf von den Perspekt zerstört bin, gibt ich mich die Eindruck, weil es ihnenorry am touristisch bleibt. Ich weiß nicht ob du Kraken hast, am besten Ich hab kein Kraken, oder? Ja, okay, Idios hat Kraken eingesetzt Wasabi hat mich für Top Mid, komm zu uns Wasabi hat mich Wasabi hat mich Ich hab ihn grad Super Nice Nice Ey, der hat ihn noch gegrabt Oh man, hätten wir... Ab das Haus hätte ich noch Kraken ready Sorry Leute, ich war echt scheiße Genau, mach schämlich Trotzdem nice Ja, nice Nice Dann machen wir das Ja Bivita, äh, custom Range Blaster 50 zu deinem Dann... 52 getratet Sniper hat mich Sniper on Hill Sniper on Hill Dynamo Sniper Hill Hat mich Sniper immer noch der Hill Gelen Mitte So, oder? Da eine bei uns Hab Sniper? Oder irgendwer, ja Dich Gelen ist bei uns ob Laster noch getratet Bei uns an was? Da dürfte nur noch einer sein Nur noch einer Gelen ist der letzte Abi Ah, jetzt Klappzone, Klappzone Nice Mike, Mike, bist noch da? Ja Okay, du bist grad eben abgeboren, hast da nach mir weitergeredet Ich bin weak, ich zieh mich zurück Ich bin weak, ich zieh mich zurück Ich bin weak, ich zieh mich zurück Ich weiß noch ein Dynamo Ich hab einen Hab einen Ich glaub, ich hab äh Ich hab äh Gelenzer Und Dynamo hat mich Right mid Dynamo Zone Right mid wieder Bei D an Hill Ist ein Range Blaster 52 ist down Blaster's down Ich weiß, wir müssen aber Tone umfärben Dynamo down Sniper Äh 52 down Okay Sniper hat mich Sniper hat Böse vom Sniper Oh, dann Na, nur hat ihn Okay Hab ich nicht mitbekommen zu halten Hab ein Schön Dina ist runtergesprungen Vom Turm Ich geh jetzt wieder Closed hoch Ja, ja, mach mal Und ich warte bis Echler weg ist Gelenzer in die Zone Hab 52, hab ihn Hab ihn Hab dein Dynamo Nice Elit hat er Closed Hab ihn Blaster, Kraken hat mich Blaster hat mich Hat Kraken aktiviert Pass auf Nein, ich komm zu dir, Alton Jo, ich sass ihn Gut Hab dein Dynamo Hab dein Dynamo 52 down 52 down Ja, gut Nice Super Wow Wow Nice runter Nice Ist immer so, wenn zum Beispiel auch bei Wie viel zu, Manu? 1 Main, 6 Taps oder so Okay, im besten Fall 3 Obwohl, 1 Main, 6 Taps 2 Gallons, Custom Range Blaster und Spelloscope Ich hab nicht gesehen, was für geilstes waren Die Poppen Ich bin tot, Raymecha passt mich Deine 50 Tours, Laufs, please Nice, Killer Whale Algen ist rechts Killer Whale, Mid Blaster Sniper Super Ihr müsst Goldfisch auch poppen und dann pushen 3 down, super 2 down Max macht Mike den Weg Hab einen Hab auch einen Ich bin tot, Sniper hat mich Ich pop Weiter, weiter Manu, push, push, push Okay, push, nice, super Ich schwimmen rüber Ich schwimmen rüber, okay Ehm, Gallon hat mich Der Mid Right Lane Der Mid Der Mid Gallon 52 down Andere 52 hat mich Nice, danke Da hat einer Craig Da hat einer Craig Ich weiß nicht, ja Rainmaker geht Left Overlook Hab Gallon Auf den Sehr Der Mid 52 Die eine, die andere 50 auch down Wollen wir versuchen den Rainmaker zu holen oder? Nö, sie sollen den selber runterbringen. Okay, dann sind wir jetzt auf Zeit zu spielen. Wenn sie ihn runterbringen, dann pushen wir wieder. Ich habe Kraken ready. Ja, ihr könnt auch mit Kraken rein. Wie ihr wollt, wenn ihr reingehen wollt, dann bitte. Nein, nein, nicht reingehen. Kraken aufbeweilen. Okay, kann ich zuerst und jumpen? Nein, nein. Left mid. Vielleicht zu Max, ich weiß nicht. Na, wurscht. Nee. Ich habe Kraken aktiviert. Ich habe ein. Ich habe zwei. Da oben ist jemand. Ich stelle mich in die Ecke. Ich camp hier mal, okay? Ja. Oh, hollboy. Gellan kommt zu uns nach hinten. In unserem Left-Bump. Da oben ist er. Kraken. Hat mich. Oh damn it. Right main. Left lane. Keine Ahnung. Sorry. Kraken vorbei. I can. Und ich habe wieder Kraken ready. Das ist okay. Wo, 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 so viele Hallboyen, wo ist er? Achtung. Na, hat mich auch. Rainmaker, Chris, Snipes. Schön. Wir müssen aufpassen, dass die wirklich nicht mehr pushen. Die haben so viele Hallboyen. Sniper hat mich, weit mit. Sniper hat er mit. Weit mit jetzt. Hat Bomb Rush ready. Du, Rainmaker nicht aufschießen, aber ein bisschen schadet. Hat Sniper. Hat zwei getradet. Rainmaker hat mich, oh Gott. Oh Gott, war das schlecht. Es kommt einer von rechts, vom rechten Gang, Leute. Glaube ich. Killer Whale. Killer Whale, nochmal, ach ne, sagen wir so aus. Also wir müssen mehr links verteidigen, Jungs. Links ist auch der Goldfisch. Durch die Two-Down. Kraken mit Lange. Kraken hat mich, Kraken hat mich. Achtung, oh, Bull. Hat Rainmaker gespielt. Oh mein Gott, Mike, du hast mich gepackt. Bodyblock, ich konnte nicht mehr wegstimmten wegen dir. Nein. Egal, mach nicht. Hab ein. Gut. Hab zwei. Oh, ich glaube, ich habe es kaum dran. Ich glaube, ich habe zwei Stück, links zwei Stück. Blast, äh, 52 hat mich. Nice, stepped. Hab 52, nee, Rangeblaster. Okay, wir haben Rainmaker, nice. Gelen anhaßen, teleportiert sich. Hab Gelen. Elita, left lane. Nein, pardon. Kraken ready. GG. Ich habe Kraken ready, das war's. Ja, geh, geh drauf und mach's auf, mach's auf. Da ist noch ein Kraken. Das noch, geh drauf, geh drauf. Achso, kill away und sterben. Oh mein Gott. Sorry. What? Hab ihn. Super. Hab ihn. Jeder hat ihn. Wir waren so zufried drauf, irgendjemand, ich habe den Kill ja weg. Ja, ich gehe, Max, wie immer. Ja, ich komme von hinten, vom Spawn, oh, Rainmaker, bam, ein Schuss. So, nice, Manu, nice. Nice. Ich glaube, ich soll hier echt mehr Schwimmspeed nehmen, weil ich schneller durch die Gänge muss. Da ist Crypt respawn, wieso ich...